jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play infamous second time wir machen heute weiter wir wollen uns ja unbedingt diesen agent noch holen da ich ungefähr weiß wie er aussieht und wo er steht also der müsste hier irgendwo in der nähe stehen oder wollen den auf jeden fall noch holen und dann haben wir alle auf mission alle mission in diesem viertel geholt shit hat der typ die frage jetzt wollen wir den überhaupt holen eigentlich müssen wir ne okay wir können eigentlich gar nicht das ist so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, alles gut Da müssen wieder welche Feine unterwegs sein Da hat er zu vergehen sehr lang Gucken wir heute Komm 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 Oh, oh, oh. 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 So, den rauche ich immer mal mit hier. Ah, so, du bist das. So, den Drogendil haben wir auch verändert. Sehr gut. So, der Drogendil hat. 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 So, Paramount. So, der Drogendil hat. So, der Drogendil hat. So, der Drogendil hat. Spann dich. Guck mal, es war gut da oben jetzt aber auch. So, du bist tot. So. So, der Fahrzeug ist zerstört. Wir können jetzt vier Bomben mitnehmen. Und wir sind sogar schon durch. Soweit. So, was haben wir denn noch hier so ein bisschen? Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Wir haben jetzt die ersten beiden Viertel down. Können jetzt natürlich hier weitermachen mit dem nächsten Gebiet. Nächste wäre ja Market District. Damit fangen wir jetzt an. Objektiv, ob ich eine Drohne oder so. Da. So, Sirtel Center ist fast auf Null. Oh, ihr geht mir ein bisschen auf den Nerv. Oh, das ist ja. So, ich bin jetzt hier. Oh, das ist ja. Hm, aber wie will der jetzt? So, dein Kumpel ist schon mal da rum. So. 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 ist durchaus klar oh der hat irgendwie was großes drin gehört ja ist mal gut jetzt hier da war ja 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 da wollte ja Sehr nützlich. Definitiv. Direkte Schusslinie suchen uns Feuer. Das war wohl was größeres, aber wir haben ihn geschafft. Das war wohl was größeres. Wollte mal was Gutes machen. Wollte mal was Gutes machen, das ist ja auch so ein Werbefuzzi. Okay, also nichts mehr Tragisches. Wollte mal was Gutes machen. Oopsie. Wollte mal was Gutes machen. Ach, der da oben, der will. So. Boah, Tupi ist gegessen. Wir mögt mich nicht, ne? Der Plan ist eigentlich jetzt erstmal diesen komischen... Hör mal! So. Spannend. So, weg mit der Kam... Äh, ich weiß, Kamera da. Die Kamera ist down. Hör mal! Jetzt paar Hampelmänner hier. So. 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 Mal zerstört ihm kurz das Auto. Ja, das ist ja so eine Kommandzentrale, ne? So. Na komm, die Kommandzentrale holen wir uns in dieser Folge noch. Und hat Luft. Und hat Luft. So. 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 Jawoll. Der ist down. Kommt ruhig her. Kommt ruhig her. Kein Problem. Aber ich glaube, die haben zwei große, wenn ich es richtig sehe. Oder zumindest einen von denen. Ich glaube, ich sehe nur einen. Und der ist zerstört. Und der ist zerstört. Super, wir sind jetzt wieder da Ich wollte aber eigentlich schon hier unten Ne, wo war ich denn überhaupt Kommt hier schon drinnen Ach, keine Ahnung Komm, wir machen trotzdem Feierabend Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Eigentlich hatte ich gedacht, wir machen sie heute noch Aber irgendwie habe ich gedacht, dann doch nicht Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall Bei Let's Play Infamous Second Son